Warum ist man ein Klimaleugner, wenn man weder den Klimawandel leugnet, noch leugnet, dass der Mensch damit zu tun hat, noch leugnet, dass es mit CO2 zu tun hat? Wie geht es weiter mit der Energie? Warum drohen uns Blackouts? Was kann das für Folgen haben? Und warum gibt es die These, das sei ein grüner Wahn, den wir jetzt erleben und das werde teilweise schlimme Folgen haben mit der Energiewende? Über all das habe ich gesprochen mit jemandem, der über sechs Jahre Umweltsenator, also Minister in Hamburg war, in der SPD, Sozialdemokraten wie ich, also völlig unverdächtig nach den neuen Richtlinien, eben nicht mehr nach den jetzigen, weil da spielt das ja keine Rolle mehr. Und dieses Gespräch mit Professor Fritz Farnhold habe ich extra wieder ins zensurfreie Internet gestellt, weil Thema Klimawandel und auch alle anderen, Sie wissen, bei YouTube wird zensiert. Deshalb die große Bitte, unten zu klicken auf Rambel oder auf Odyssee. Herr Professor, jetzt haben Sie noch mal eine Minute, anderthalb, um das Wichtigste aus dem Interview, was für Sie das Wichtigste war, vielleicht noch mal kurz anzureißen. Zunächst einmal will ich ergänzen, dass ich nicht mehr Umweltsenator war, sondern ich war auch zwölf Jahre in entscheidender Rolle bei der Entwicklung der erneuerbaren Energien. Ich habe ein großes Windkraftunternehmen als Vorstandsvorsitzender geführt. Das heißt, ich weiß, worüber ich rede und sage ganz deutlich, der Weg, den die Bundesregierung und im Augenblick ja auch die Mehrheit der Medien und der Politik anstrebt, wird zu großen Schwierigkeiten führen. Wir werden nicht in der Lage sein, alleine mit erneuerbaren, unsicheren, nicht sicheren Energien wie Windenergie und Sonnenenergie die Bedürfnisse eines hochentwickelten Industrielandes zu befriedigen. Und deswegen wird es auf dem Weg auch zu Abstürzen kommen. Aber ich bin ziemlich sicher, wir werden irgendwann die Kurve kriegen und daraus lernen, dass wir nicht jedem grünen Wahn hinterherrennen sollen. Ihr Wort in Gottes Ohr. Für mich war das Gespräch ausgesprochen erhellend. Ich habe für mich viel Neues dazugelernt, sehr spannend. Deshalb empfehle ich es Ihnen ganz herzlich. Schauen Sie mit mir rein auf Rambel auf Odyssee. Einfach unten der Klick in der Videobeschreibung. Und schon sind wir im freien und zensurfreien Internet. Vielen Dank Ihnen, liebe Zuschauer und vielen Dank Ihnen, Herr Professor. Alles Gute. Danke. Ciao. Auf Wiedersehen.